Here we stand! Allerdings haben wir zur Zeit keinen König. Das heißt, da ist keiner drin oder was? Unser König war von einer heimtürkischen schwarzen Krankheit heimgesucht worden und ist daran verstorben. Sein Sohn, der Prinz, reagiert dieses Land jetzt. Das ist der königliche Berater des Prinzen. Er sollte mehr über diese Dinge wissen als ich. Danke. All diese Tourierung hat sich um deine Sprache zu verstehen. Ich glaube, dass ich selbst mit diesem Anweser sprechen werde. Wir müssen mit dem Prinzen sprechen. 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 Meine Patience für dieses Kindes haben lange erwärmt. Meiner auch. Es tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld, Fira. Wir gehen jetzt zurück zu Kaine. Ja, super. Zeitverschwendung. Als ob. Bevor ich diese Führung gemacht habe, wurde ich automatisch am Anfang der Stadt hingeportet. Warum muss ich jetzt schon wieder diese scheiß Floßfahrt machen? Wesen entspannt die Musik etwas. Nicht, dass ich mich zu sehr aufrege. Aber das ist... Zäh gerade. Und die schnellste ist unsere Führerin auch nicht? Ich stehe nicht im Weg. Sie ist bloß zu lahm. Sie läuft so schnell wie ich gehe. Ja. Ach du meine Güte. Was ist los? Schlau dich. Ich kann es kaum sagen... Die Person, der mich geschlossert hat... Sicher, du meinst nicht Kaine. Kaine, dir hilft dir. Diese schlau-maßte Hussie? Schlau dich, Buch. Ihr seid tot, oder was? Hahahaha... Tainter! Hey, ich hab dir schon das neuste gehört? Tainter! Der Prinz ist verschwunden! What's going on? Tainter! Was ein Bullshit! Was ein Bullshit. Ich werde den Prinzen retten. Ach, Pfeif auf den Regen. Das ist die richtige Einstellung. Hä? Ich wusste, dass es... dass er auf ihn auslaufen wird. Oh, und was Glück. Wir haben nur einen Outsider gehabt, die nicht in den Anfragen der anderen zu stoppen, die nicht in den Anfragen der anderen zu stoppen. Ich gehe auch. Fira hat mich über Rule 1024 gesagt. Du kennst das, oder? Rule 1024. Du musst die Reise von jedem Outsider beheben. Das ist so, wie es geht. Genau, Fira? Warum habe ich immer mit so einem Pack von Göttern gewonnen? Lass uns gehen. Die kommen nicht mit, oder? Lass mich... Oh Gott. Ich werde euch führen müssen, wenn ihr durch die Sandsturm... Ah, okay. Die führt mich durch den Sandsturm. Aber ganz ehrlich, ich habe darauf gerade... Kein Bock. Wir lassen uns die Mädchen hinterlassen. Ah, okay. Es geht nicht. Ich hatte schon halt versucht, bevor ich den Park gestartet habe, eine Nebenmission zu machen. Ich will ja eine pro Folge immer machen. Aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Und jetzt lässt es mich auch nicht... Ist das euer Ernst? Das dauert ewig! Das dauert ewig! Naja... Dann... Ist das halt so, dass ich erstmal keine Nebenmission machen kann. Dann sparen wir uns das auf. Das Spiel möchte es halt grad nicht, dass ich von hier verschwinde. Machen wir, denke ich... Wenn wir hier mit... Diese Folge noch fertig werden. Ähm... Dann in der nächsten Folge zwei Nebenmissionen. Ist dann halt so. Ich habe auch, glaube ich, zwei, die ich relativ schnell erledigen kann. Da geht es nur um Materialien sammeln. Und... Ja, für die einen Nebenmission habe ich schon Vorkennung getroffen. Das sollte kein Problem sein. Und für die andere... Das ist die von Popola. Fehlt mir noch einer dieser... Echsenschwänze. Die finden wir ja auf dem Rückweg. Und dann können wir dieses Getränk holen, was sie benötigt. Sollte also kein Problem darstellen. Dass das zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Was aber zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird, ist ihr Gejogger! Kann ich sie jetzt verlassen? Ja, tatsächlich. Okay. Dann können wir doch ein Graben in der Mission machen. Ähm... Wenn ich den Rückweg finde. Das ist halt das Thema. Ähm... Ich schneide mal nicht. Ist ja relativ schnell erledigt. Ähm... Ähm... Ja, Jona wollte für uns was kochen, wollte ich sagen. Ähm... Da fehlt mir noch Weizen. Ich habe ein Weizenpflanzen in unseren Garten auf Screen schon eingepflanzt. Der sollte jetzt schon gedeihen. So dass wir den aufnehmen können. Und dann können wir die Mission einfach abschließen. Dann können wir das einfach nur noch zu Hause den Weizen einsammeln. Äh... Äh... Ich muss... Ich kann den Ort hier nicht verlassen. Ist ein bisschen nervig. Ich werde euch in die Wüste geleiten. Bitte bleibt in meiner Nähe. Als ob du mir weglaufen könntest. Was für Wölfe? Was für Wölfe? Da. Ist der Rudel? Boss... Dann wieder zur Stelle. Der... Letzte Folge ja getürmt ist. Der Sand ist zu viel. Ich kann gar nicht meine Augen öffnen. Im Moment, wo ich meine Mache öffne, der Sand riecht rein. Hast du sogar eine Mache? Wie hat Vera mit dem? Ich glaube, dass es eine Art Filter in dieser Maske gibt. Lass mich auf deinen Umständen. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Komm es dir zu der Frau jetzt? Ist das euer Ernst? Keine. Erledige die bitte. Das Spiel verbietet mir, mich zu weit von den Mädchen zu entfernen. Sie ist sicher sehr brav, nicht sie? Für so ein minuskulieres Körper scheint sie, dass sie fast unabhängige Stoffen von Energie hat. Ich muss zugeben, es ist etwas nervig, was an der Geschwindigkeit vom Freier liegt. Und sie stöhnt so, als ob sie einen Marathon laufen würde. Wo? Hinter drei. Okay, es wird immer einer mehr. Diese Mädchen muss extremen Patriotismus haben. Schau, wie sie alles für ihre Prinz gibt. Ah, das sieht nach... Ne, das ist einfach nur Zufall. Das sieht, da hinten kommt irgendwas, das sieht nach Tempel irgendwas aus. Oder? Ist das eine Fata Morgana? Der Weg hier wird auf jeden Fall enger. Wir dürfen Freier auf jeden Fall nicht verlieren, weil den Rückweg finden wir niemals alleine. Okay. Der Öl-Tempel liegt gleich vor uns. Ach, und eine Sache noch. Karte von Öl-Tempel. Nett. Äh, von dem Ort habe ich keine Karte. Weiter jetzt hier komme ich nicht. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, weiter brauchst du auch nicht kommen, weil du läufst zu langsam. Schauen wir mal, was hier drin so ist. Nicht ganz. Kein sagt nicht, nur lauter nette Sachen. Okay, das sind Türen mit Barrieren. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall eine Karte bekommen, die mich massiv verwirrt. Die Tür wird durch eine geheimnisvolle Kraft geschlossen gehalten. Und ich muss diese geheimnisvolle Kraft aufheben, nehme ich an. Die Tür ist zum Beispiel offen. Das ist auch nur ein geschlossener Raum, wie es aussieht. Schauen wir mal auf. Das ist ein Safe-Punkt, oder? Weißt du, warum schließt sich die Tür? Ich komme nicht raus. Das ist schlecht, oder? Die Folgen sind in diesem Raum verboten. Hüpfendes Kaninchen. Was soll das sein? Ich darf nicht springen. Würde ich es mal behaupten. Was soll das sein? Gucken wir mal, wie wir es machen. Eigentlich ist das relativ einfach noch. Das Spiel verbietet mir halt zu springen. Aber das ist eigentlich nur ein Rätselraum. Würde ich mal sagen. So, da kann ich einfach durch. Den schieben wir jetzt einfach da hin. Dann lasst mich das in Ruhe. So, da schieben wir da ganz vor. Einfach durchsprinten. Kann ich das kaputthauen, oder? Was soll ich machen? Aha. Nullmeisterprüfung. Es wird Zeit, dass du dich den nächsten Regeln widmest. Ach, was ein Bord. Okay. Ich weiß nicht, was dieser Prinz ist. Die Tür lässt sich offenbar nicht öffnen. Okay. Und zwar hat er sie geholfen, um dich zu retten. Ich glaube, das sagt uns alles, was wir jetzt wissen müssen. Kutunaka? 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 Das ist ein unkompetenter Bord. Kutunaka? Kann ich nur jemanden hören? Ah, jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Das ist sogar die Tür, die hier gleich am Anfang war. Ich wollte gerade sagen, ich wollte erst mal gucken, was hier sonst noch so ist. Aber es sieht so aus, als ob ihr da gar nicht hinkommen. Doch hier. Nein, da ist was verspäht. Okay, dann gehen wir hier durch. Bist du der Prinz? Raid! Schau! Woher kamst du aus, Junge? Ugu? Ah, Santo und Daishin, Kairam, De Argo. Warte, wirklich? Aber du bist nur ein Kind. Tsutsuki! Tato, Skechi! Raid! Oh? Was? Es verschleppt ihn einfach. So, was für eine Regel ist hier? Die Formation ist in diesem Raum verboten. Hüpfendes Kaninchen, unbewegliche Eule. Well, das war unbeweglich. Komm, wir müssen ihm helfen. Was ist mit unbewegliche Eule gemeint? Kann ich einfach... Ich darf wahrscheinlich nicht stehen bleiben, oder? So, ich hoffe, ich hab's richtig gemacht. Anscheinend. Nullmeisterprüfung. Es wird Zeit, dass du dich in der nächsten Regne widmest. Ja. Ich freu mich schon unheimlich. Ah, durch die Tür kommt man wenigstens durch. Die andere, auf den anderen Raum, war ja verschlossen. Äh, kein. Okay. Da ist nix, ne? Okay. Ah! Das geht runter! Warnt mich doch jemand davor. Aber ist kein Problem. Und, okay. Hier wird wahrscheinlich der nächste Rätselraum auf uns warten. Ja, es verschließt sich wieder. Flüchtende Maus. Was ist mit Magie spuckende Fledermaus? Grasener Wolf. Hä? Ich kann keine gut verstehen. Was in das? Oh, are you fucking kidding me? Let me go! Let me... I'm gonna kill you when I get out of here! I assume we'll have to find her as well. Yep. Okay. Aber was ist mit diesen Re... Ich darf nicht rennen, ist das richtig? Sorry, what now? I guess we have to play by the rules. Grasener Wolf, flüchtende Maus, Magie spuckende Fledermaus. Grasener Wolf heißt wahrscheinlich, ich darf nicht rennen. Aber da stand nix von springen. Ich mach's mal anders. Ja, es ist halt ein bisschen knifflig mit der Steuerung. Das war knapp. Und das schaff ich niemals. Es sind drei hintereinander. So, ich warte lieber noch mal. Ich bin nicht gerannt, willst du mich verarschen? Der Raum ist super nervig, Leute. Ich sage, wie es ist. Es ist super nervig. Du darfst halt nicht rennen. Aber sobald du den Analog Stick ein bisschen zu stark bewegst, rennt er. Ja, ein Treffen darf ich mich auch nicht lassen. Ach komm, ey. Das ist sehr, sehr nervig. Ich frage, kann man die kaputt hauen? Kann man. Und mache ich das anstatt zu springen? Kamera? Troll mich nicht. Ich probiere mal was. Kann er nicht die ganze Zeit springen? So, geht doch. So, jetzt keinen Fehler machen. Was für ein Scheiß-Rätselraum. Ganz ehrlich. So, jetzt bin ich auf die andere Seite. Und ja, wir sind, glaube ich, denke ich, noch lange fertig. Ich wollte, ich wollte das Arzneikropf nehmen. Kann ich nicht, weil ich wahrscheinlich zu viele habe, ne? Da ist eine Tür, wo ich rein kann. Da ist eine Tür, wo ich noch nicht durch kann. Hier sind lauter Rätselräume noch. Aber jetzt wird es sehr, sehr interessant. Hier sind lauter Räume, wo man nicht rein kann. Aber man kann theoretisch weiter. Okay, hier jetzt nicht mehr. Dann schauen wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Okay, was darf ich nicht tun? Geschützte Schildkröte, Magie spuckende Fledermaus. Ich darf mich nicht verstecken wahrscheinlich. Ha, verarscht! Ja, unter geschützte Schildkröte stelle ich mir vor, dass man diese Kisten nicht als Schutzschild benutzen darf. Aber gut, so. Die Tür wird wahrscheinlich nicht aufgehen, ne? Warum platziert man denn hier eigentlich Türen? Warum? Dann kann man doch einfach da straight eine Wand hin machen. Okay, nächste Tür. Die ist noch verschlossen. Die hat sich hier jetzt geöffnet. Gucken wir mal noch rein. Was für eine scheiß Regel haben wir hier? Okay. Flüchtende Maus, Magie spuckende Fledermaus. Flüchtende Maus heißt, ich darf nicht rennen, oder was? Nee, ich darf. Da wurde ich nicht getroffen. Insane ist luck. Nein! Da wurde ich zu gierig. Wir haben den nächsten Raum geschafft Und jetzt ist der Raum Gegenüber entsperrt Aber den schauen wir uns dann Beim nächsten Mal ein Mal gucken, was für dumme Regeln wir hier noch finden Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst gerne Like und Abo da Und bis zum nächsten Mal